Endlich wurde der Dreh von Spider-Man 4 bestätigt, in dem Tom Holland und Zendaya wieder in ihre Rollen schlüpfen werden. Leider sind viele Fans nicht so glücklich über die Rückkehr von Zendaya. Spoiler-Warnung, das Video beinhaltet das Ende von No Way Home. Wir alle erinnern uns an das emotionale Ende von No Way Home. Nachdem er seine Tante verloren hat und um das Multiversum und die Welt zu schützen, trifft Peter Parker die Entscheidung, von allen vergessen zu werden. So wird es wohl auch in Spider-Man 4 weitergehen. Denn es wurde bereits angekündigt, dass Zendaya ihre Rolle als MJ wieder aufnehmen wird. Nun sind viele Fans verwirrt, wie das möglich sein soll, wenn MJ nicht weiß, wer Peter Parker oder Spider-Man ist. Das Hauptargument für diejenigen, die damit nicht zufrieden sind, ist, dass dies das Ende von No Way Home ernsthaft untergraben könnte, indem MJ ihr Gedächtnis zurückbekommt. Aber warten wir erst einmal ab, bevor wir ein Urteil fällen.